Was ist das denn, Schatzen? Machen wir es jetzt auch? Ja, die Nasen drinstecken. Wie die Nasen drinstecken. Ja. Durian Unboxing. Von Anfang an hat jetzt gerochen. Ja. Ja. Das ist eine. Das ist lecker. Ja. Das wird's ja noch nicht. Wedel, wedel. Wedel, wedel, inspizieren. Das sind die Mangos. Gucken wir, ob sie da dran hören. Oh, Mangos. Und dann doch mal. Ui. Ja, man. Lieblingsfrüchte. Boah, da wäre das krass. Weiter geht mit der nächsten Box. Oh, oh. Oh, die riecht krass. Ja, da kommt Clara, ne? Ja. Ist das Durian? Ist das Durian, Clara? Boah, wie sehr viel ist. Oh, ich bin doch klar. Boah, das ist gut. Ja, das ist gut. Sind sie nicht, ne? Boah, die ist richtig fett. Zweieinhalb Kilo. Ja. Also, wir müssen dann vier. Das sind alle so richtig fette Oschis. 2,4 Kilo. Ja, die hat ordentlich noch Furz. Sehr gut für uns die. Die ist perfekt, perfekt, ne? Ja. Sehr, sehr, sehr. Ruhig. Und die ist ... Können wir eine auspacken? Nicht? Besser nicht, ne? Ne, besser nicht. So? So? Klar. Also, das sind jetzt die beiden Chanis, die ursprünglichere Sorten. Ich schätze ich mal, weil die liegen weniger. Schmeckende Farbe intensiver. Irgendwann hat er kleiner. Ja, ich packe mal auch auf den Stein. Oder ich packe mal eine aus, damit das riecht. Damit es schön die ganze Wohnung nach riecht. Damit es nicht stoppt hat. Ah, nicht, das ist dann eine Ahnung für ein Giftglas oder so. Wenn es das offen ist. Boah. Das muss ich jetzt eigentlich auch richtig krass liegen. Ja. Oh, scheiße. Oh, fuck. Nach richtig krass hättigen Zwiebelbraten. Scheiße, geil. Oh, die ist hart. Oh, scheiße. Jetzt ist es richtig heftig. Oh, das war fast so geil, wie zu essen. Alter. 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 Das ist geil. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, fast. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Oh, feucht alles. Die schlägt sich voll das Mäulchen. Ich rieche fast nichts mehr, was so stark ist, so heftig. Ja. Ja, ich weiß es nicht.